Musik Alle wunderschöne Leute, wir sind gerade auf einer kleinen Lost Play Store und jetzt gibt es ein kleines Info-Video und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier an einem Ort, den wir natürlich nicht preisgeben, das macht man halt so auf so Lost Place Touren. Und zwar haben wir uns heute ein paar Lost Places angeguckt, auch ein bisschen was gefilmt. Ich werde auch, damit das nicht zu langweilig ist, meine Laber hier immer wieder ein bisschen was einspielen. Und ja, schauen wir mal, was es heute Neues gibt. Ich habe hier vor einiger Zeit gesagt, dass wir nicht nur Touren machen, nicht nur Reviews machen oder Infos, sondern auch mal ein bisschen das Thema Lost Place, ein bisschen angehen wollen. Da haben wir uns jetzt ausrüstungstechnisch ein bisschen angepasst, ein bisschen was muss noch gemacht werden, ein bisschen was haben wir schon. Und wir haben heute so ein Location Scouting, wie man das nennt, gemacht, haben uns ein paar Lost Places angeguckt, ein bisschen was gefilmt. Und da ist mir spontan die Idee gekommen, ich mache doch mal ein kleines Info-Video. Und ja, das entsteht jetzt hier. Hinter uns ist quasi der, ich glaube, jetzt zweite oder dritte Lost Place. Wir wollen den Kanal wieder ein kleines bisschen verändern, also es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Und zwar war es ja in Zukunft immer so, dass wir Touren hochgeladen haben, weniger Ausrüstung, was wir ja eigentlich machen wollten, um so ein bisschen die Touren abzulösen, weil wir sind beide berufstätig oder wie drei, und da kann man halt nicht immer Touren machen. Das war jetzt in letzter Zeit ein bisschen anders. Also wir hatten relativ viel Zeit, das habt ihr auch alles gesehen. Und jedenfalls wird es jetzt mehr Ausrüstungsvideos geben, und zwar über Klarklamotten und sowas, alles, was wir halt benutzen, was ihr in dem Video seht. Was jetzt neu ist, ich habe ein bisschen mit mir rumgerungen, ob ich noch einen neuen Kanal mache, aber ich habe jetzt gesagt, für mich, das mache ich auch diesen Kanal hier. Und zwar das Thema so Technikausrüstung, welche Kamera, Drohne, Action-Camp-Stative, alles sowas, weil das wurde häufiger mal gefragt, und darauf wollen wir jetzt eingehen, sodass wir sagen, was weiß ich, wenn vier bis fünf Videos... Dann werden sich jetzt die Enten, oder was? Gänse, das ist Herbst. Na gar nicht doch, Enten, so große Enten. Die ganze Technikausrüstung, da haben viele nachgefragt, was wir so benutzen, das wird jetzt auch mit reinkommen, und dass wir so vier bis fünf Videos, je nachdem, wie viele Wochen der Monat hat, haben wir uns gesagt, wir machen auf jeden Fall eine Tour. Wir machen ein Ausrüstungsvideo zum Thema Technik, ein Ausrüstungsvideo zum Thema Ausrüstung. Ja, halt so Rucksäcke, was wir halt alles benutzen. Dann kommt entweder ein Infovideo oder ein Lost Place Video. Also wir wollen auf jeden Fall, da wir jetzt ein bisschen was gefunden haben, jedenfalls ein Lost Place Video machen. Und das letzte Video quasi, wie gesagt, ist ein Infovideo oder ein Zweifelvideo oder ein Vlog. Das ist eigentlich gar nicht meine Art, sowas zu machen, aber gerade, wir waren jetzt in der 6. Schweiz, privat, ohne zu filmen. Das könnte man zum Beispiel als Vlog aufnehmen, einfach das hier ein paar Eindrücke kriegt. Gerade jetzt hier, wir haben Herbst, das ist so die beste Jahreszeit, wenn es ums Thema Farben geht, dass ihr euch da auch ein bisschen mitnehmen, wenn ihr möchtet. Zwischendurch muss ich auch ein bisschen Schleißwerbung machen. Wir haben eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite, die sind unten verlinkt, da einfach mal drauf gucken. Und wenn ihr wollt, auch ein Abo da lassen, das würde uns freuen. Wenn euch das Video hier gefällt, am liebsten auch noch ein Like da lassen. Und wenn ihr uns noch gar nicht kennt, ein Abo da lassen. Dann seht ihr die Franzi ja wahrscheinlich ein bisschen öfters. Kommentare. Stimmt, das gibt es ja auch. Wenn ihr Fragen habt, unten schreien. Einfach irgendwas hinschreien, was Konstruktives bitte. Wir beantworten das ziemlich schnell. Und wenn es zu irgendeinem Thema ganz, ganz viele Kommentare gibt, machen wir natürlich ein extra Video dazu. Man ist halt nie allein. Das ist ja egal. Das war es im Groben und Ganzen an Infos. Das war nicht viel, aber nur, dass man mal ein bisschen wieder aufgefrischt wird, was jetzt hier auf dem Kanal passiert. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Das war es gar nicht. Org da die Lose, das war es gar nicht. Das war es gar nicht. Und wir sehen uns im Chaos Alle spielen. Wir sehen uns im李.